so da bin ich wieder hier wieder eine genau gleichen stelle okay ich habe noch geplant dieses bisschen hier eben selben part noch mit reinzupacken und hoffentlich wird das jetzt nicht so lange das ist jetzt schon der dritte versuch hier ehrlich gesagt also der zweite nach der vergleichen aufnahme und ich würde das jetzt gerne schaffen das wird ein bisschen sprich ich könnte ihn ganz langsam erledigen da wir jetzt hier durch gott 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 der muss jetzt sterben gott was mache ich hier geht so nicht so ist schon wieder ein bisschen hochgepumpt vor allem der typ der macht uns gleich fertig ich muss ihn töten wenn ich mit alicia sieht er uns ich möchte mir jetzt sehen uns die motor dinger gott gott leckert spiel auf einmal so mein gott warum lecker spiel auf einmal so man wissen dazu aber wir sind sowas von dem aha ich muss mich heilen jetzt verrecken wir gleich alle ist so schön mache ich jetzt ich bin tot mehr oder weniger wenn er jetzt hier durch kommt dann sind wir tot jetzt er dadurch kommt dann sind wir tot verstehe nicht wie soll man denn noch vorbeikommen nein ich auch sie obwohl kommen mein fähig ich weiß nicht warum wird auf einmal anfängt zu ruckeln aber was soll's jetzt hat er ab die feige sau ich verstehe nicht was ist das wenn sie hat verdammt da werden wir ein bisschen zu knapp ehrlich gesagt ja ich dachte ich bin ich übrigens auch schon mal gestorben super ne okay das ist jetzt noch kein problem okay jetzt muss ich schnell sein du sie sonst nicht ne wo bist du wo bist du hey na auch hier bei uns online ich habe natur getötet nein das ist nicht gut lagerpreise ist völlig aus okay ich schätze mal wir müssen wieder diesen fahrt da entlang sehen die uns nein sehen die nicht mehr viel einfacher machen können ok mine tote weit entfernt von dem morsa doch jetzt legen ich mache den fehler nicht noch mal da schleichen wir uns durch aha ich wünsche das hätte ich voll los okay okay heilen wir uns klar ausziehen alicia heilen etwas gutes tun nicht töten weiter aufstehen selber noch ein humpel in alicia okay nicht zu nah am morsa ich muss noch mal laufung abgeschlossen da passt dann noch in diesen ein paar drei ganz gut nicht gut wo ist er noch näher auf einmal okay verküppelten bitte zuerst wenn ich jetzt nicht in irgendeine ungünstigen mine rein latsche dann ist alles okay da ist noch so ein ding das war nicht wieso wir immer noch so ein dinge zum heilen auswählen können aber okay ganz leise wo dich okay noch mal heilen einmal ich glaube das letzte mal was für ein zufall das war nicht das war nur noch ein gering zweihren okay das war's gut das war mir okay ich will die 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 das und was du du ich nicht du du Nein, das stimmt. Wenn ich es in die Pfanne schraue, würde ich sagen, würde ich nicht sagen. Ah, das stimmt. Es gibt eine sehr gute Worte, also könnte es gut sein. Alessia kann auch immer so denken, dass ich so ein Pfanne über die Pfanne zu denken. Das ist alles, was wir alle wissen? Wow. Wurde so geburnet. Welcome. So. Okay. das ist gut oder nichts passiert wie immer da ist der ausgang aber ich war lieber noch eine runde du müsstest dich jetzt bewegen können wir eine normal oder auch nicht war da vor allem ich glaube es passiert sowieso nee es passiert auch sowieso nichts von war von denen gesehen werden wir bekommen einfach nur die mordtaste bewegen sich dann einfach nur glaube ich an diesem punkt wo sie uns entdeckt haben wenn ich mich hier aber egal damit sowieso gleich und beenden es gibt keine gegner und es gibt keine gegner mehr nein schon wieder natur getötet frauen und kinder zuerst ich weiß was ich hier gehört und raus ja freiheit er war nur ein paar schritte entfernt genauer gesagt da ist keine augen mädchen operation complete sonst und an c h und neue waffe wieder ha 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 oder muss jetzt ausgerechnet szene kommen dann kann ich doch den eigenen part packen ja gut da kommt er den eigenen part da ich nicht meine normale begrüßung genommen verdammt willkommen mein name ist dann ihre ip und so weiter und so fort klar ist ja natur aloe vera was aloe severa Das war's, Belki-Hakase. Ich danke dir. Okay. Das war's. Wie ist das? Ich fühle mich nicht? Ich fühle mich so warm. Ja. Das war's. Ich denke, wenn ich Zeit habe, dann werde ich mich aufhören. Melkin, wie war es sich selbst zu haben? Ich denke, dass ich mich selbst zu haben. Ich denke, dass ich mich selbst zu haben. Wie war es sich selbst zu haben? Ja. Ich bin ein paar Mal nach Hause, dass ich mich selbst zu haben중에 mit meinen Leuten haben. Ich bin mit dem Sand. Ich bin mit einem Land. Ich war immer noch mit dem Sport. Ich war immer mit den anderen Binnen und meinen Rechinen. dass ich mich selbst zu haben. Ich hatte auch das Democrat. Ich war das, den das Escuchten der Gründer aus. Was war es ein Bündel, der Ukrainer? Ich finde, sich das einfach gut zu hören. Ich glaube, dass es mir nicht soqui, war es. Das war's für mich. Der Vater hat einen starken Gehirn für den Krieg. Aber er hat auch seine Probleme gehabt. Die Probleme? Meine Mutter hat sich verletzt und verletzten命. Der Vater hat sich immer noch nicht geholfen. Aber er hat sich immer wieder geholfen. Ich habe mich, dass ich mich sehr gut gefühlt hat. Ich habe mich sehr gut gefühlt. Ich habe mich sehr gut gefühlt. Ich habe mich nicht vergessen. Ich habe mich immer so geduld. Ich habe mich wirklich. Aber ich habe mich mit mir, dass du mit mir gespielt hast. so ein bisschen was von melkens hintergrundgeschichte erfahren weiß nicht noch weitermachen oder das optional optional ja wir sind im moment in sicherheit haben würde ich sagen obwohl weiß nicht warum ich würde sagen wir machen hier steht oder ja 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 dann würde ich sagen wir sehen uns in der nächsten folge von let's play wakura chronicles und ich bedanke mich fürs zuschauen und sage tschüss